ich hoffe nur dass es nicht knallt also ich will ich will einfach nur durchfahren können ohne rausfliegen wo bin ich denn alter ich bin da bin ich bei denen na gut aber die definitiv fertig oder schikane losfahren dürfen das ist nicht schlecht weil ich glaube in der schikane würde ich mich wegdrehen ein bisschen vorsichtig in der ersten runde hier ist ja nicht gleich den ersten schon in der ersten kurve weg schießen so Oh, wir können zumindest dran, Hey Red, wie geht's dir? Ah ja, mir geht's auch gut, also noch nach dem Regenrennen wahrscheinlich nicht mehr. Der Hammer ist ja, wie willst du denn hier überholen? Also, ne, einfach nur mal angenommen, ich würde rankommen, was sicherlich nicht der Tatsache entsprechen wird, aber wie soll ich denn überholen? Achso, ne? Ich bin ja gespannt, wie die anderen das machen, die sind ja definitiv schneller als ich. Zumindest im Qualifying waren sie schneller, also in Rundenzeiten werden sie wahrscheinlich schneller fahren können. Bin ich mal gespannt, wie die versuchen, an mir vorbeizukommen. Ich sehe nix. Ich bin in Scheiben, ich bin schon verdammt. Ich bin in Scheiben, ich bin in Scheiben. Oh! Ja, so Tagen brauchen wir wirklich nicht. Ich darf nicht auf die Curbs kommen. Ich kann erst so spät Gas geben, weil ich immer warten muss, wie ich da wieder runtergerollt bin. Ich komme da nicht so schnell durch, wie die. Ich weiß nicht, wie die das machen. Keine Chance, da so schnell durchzugehen. Ich weiß nicht, wie die. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, wie ein Schatten unterschätzt. Gefährlich. 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 Endlich krieg ich doch mal eine Strafe für die Nummer oder das zweite Mal jetzt. Na ja, überholen wird nicht einfach, auch für die Schnelleren nicht. Aber das ist nicht mein Problem. Ganz ernst. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die Reifen richtig schlecht werden gerade. Boah, Alter. So weit runter. Ey, wie viel schneller die hier durchkommen als ich? Warum rutsche ich bloß so weit und so extrem gerade? Das war doch am Anfang nicht so. Ja, komm, überhol jetzt. Anstatt in den scheiß engen Kurven. Du bist so schnell. Denken werde ich dir den Platz ganz sicher nicht. Krass, wie ich umgreifen muss schon. Ja, geht doch. Auch ohne Ram. Alter, noch zwei Runden. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Hier wieder das Schalten verkackt. Aber egal. Müssen wir jetzt durch. Arsch, bitte. 坶ig. D遊 kirch. Untertitelung. BR 2018 Birch and Fawn Nein, 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 nein Auto. Alter, kurz mal. Komplett der Grip weg. Untertitelung. BR 2018 Jetzt legt es irgendwie. Na, ach Auto. So bescheuert wie eben durch die Kurve fahren können, wäre von der Geschwindigkeit aufs Helme rausgekommen. Untertitelung. BR 2018 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 Okay, das ist definitiv ganz anderes Fahren als beim letzten Mal in diesem Regenrennen. Aber immerhin 15, da. Fünf Plätze gut gemacht. Oh Gott. Nein. Nein.